Bereite! Heute habe ich wieder das erste Mal Brawl Stars gezockt, denn ihr habt es euch so oft von mir gewünscht. Und ja, was soll ich sagen? Am Anfang vom Video war ich noch ein kleiner Brawl Stars Snoop, aber schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Und dann werdet ihr sehen, ich bin ein Profi! Außerdem haben wir in diesem Video super viele Star Drops geöffnet. Und Leute, ich habe einfach so einen coolen Brawler gezogen. Und mit diesem Brawler habe ich dann alle fertig gemacht. Also ja, Leute, wie gesagt, schaut das Video bis zum Ende. Lasst einen Daumen nach oben da für mehr Brawl Stars. Kommentiert, ob ihr auch Brawl Stars spielt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, da sind wir aber schon, Leute. Und ja, wie wir sehen, ich bin ganz genau Ragen 1 und ich habe noch 0 Pokale. Denn Leute, ich habe mir gerade erst einen neuen Account erstellt. Und hier steht auch schon, tippe hier, um ein Match zu starten. Denn Leute, ich habe noch keine einzige Brawl Stars Runde gespielt. Und jetzt wird es das allererste Mal sein, dass ich Brawl Stars spiele. Sui! Und da sind wir auch schon, yeah! Und ich werde direkt schon gejagt, oder was? Ey! Geh, geh weg von mir! Oh, oh, Leute. Ihr müsst jetzt mal als allererstes in die Kommentare schreiben, spielt ihr eigentlich auch Brawl Stars? Und wenn ja, seid ihr gut? Oder seid ihr auch noch ein Noob wie ich? Wow! Ey, lass mich in Ruhe, Mann! Ey, BBQ! Oh, 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 oh! Was? Die hat einfach 15 Energie? Was? Lass mich in Ruhe! Ich habe hier gar nichts getan, Mann! Warte mal, Team D! Ey! Oh, 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 oh! Ey, das ist... Warte mal! Ah! Habe ich gewonnen? Warte mal noch! Ich habe gewonnen, Leute! Ja! Hä? Wie habe ich das denn jetzt geholt? Ey, Bobo Q! Erste Runde und direkt erster Win, Leute! Aber, Leute, ich bin euch ganz, ganz ehrlich. Ich habe schon mal einmal Brawl Stars gespielt. Aber, Leute, das war vor einigen Jahren, als Brawl Stars überhaupt rausgekommen ist. Da war ich sogar noch in der Schule, Leute! Ich glaube, das war ungefähr 2018 oder so. Also, ganz genau vor sechs Jahren. Und naja, was soll ich sagen? Vor sechs Jahren gab es auf jeden Fall noch nicht so viele Brawler. Aber egal, Leute! Ich brauche keine Brawler! Ich mache alle mit Shelly platt! An alle Brawl Stars Profis! Ihr könnt gerne mal euren Lieblingscharakter in die Kommentare schreiben. Also, mit welchem Brawler spielt ihr am liebsten? Und für alles zu sein, kenne ich wirklich nicht so viele. Aber wen ich auf jeden Fall kenne, ist den Boxer! Also, wie siehst du noch mal? E-El Primo! E-El Primo! Was geht denn da ab? Oha! Äh! Jetzt komme ich! Das ist der Boxer! El Primo! Nein! Lass mich so... Oh mein Gott! Nein! Nein, nein, nein! Oh, ja! Also, genau der hier! Ey, Primo, Leute! Er ist gefährlich! Och, Mann, ey! Zweite Runde! Aber leider kein zweiter Sieg! Seht ihr, wie böse ich jetzt bin? Und seht ihr, wie böse Shelly ist? Oha! Egal, Leute! Die dritte Runde kann beginnen! Okay! Ich muss auf jeden Fall direkt am Anfang ganz viel Energie sammeln! Eee! Oha! Ich bin schon fast tot! Okay, was geht's hier ab? Äh! Oha! Na, wer will sterben, du? Okay! Okay, okay, okay! Da vorne ist noch einer! Niki! Oha! Komm her, Niki! Oh, da bist du auch schon weg, Mann! Okay, Freunde! Ich glaube, die Runde sollten wir easy peasy gewinnen, oder? Oha! Warte mal! Was geht denn hier ab? Aha! El Primo! Das ist die Rasse! Und ich hab gewonnen! Yeah! Yippie! Bobo Q! Ah, Leute! Wir haben jetzt Brawl Ball freigeschaltet! Let's go! Okay! Brawl Ball ist auf jeden Fall auch ein Modus, den ich sehr oft... damals gespielt habe! Oh, oh! Warte mal! Vielleicht werde ich direkt... Mann, erstes Tor schießen! Ja! Ronaldo! Hey, Leute! Ich bin der geborene Brawler! Hey, Bobo Q! Hier kommt keiner vorbei! Okay, Leute! Ich hab den Ball! Ich hab den Ball! Ich hab den Ball! Und Tor! Und Tor! Warte mal! Wir haben jetzt schon gewonnen! Hä? Leute! Wie krass bin ich bitte? Wo sind meine Gegner? Hä? Yeah! Fantastico! Und an alle, die jetzt sagen, ich hatte nur Glück, Leute! Ich zeig euch jetzt nochmal! Ich werde nochmal gewinnen! Okay, okay, okay! Oh, oh! Oh, oh! Okay, ich hol erst mal den Ball hier! So! Jetzt muss ich erst mal hier laufen, laufen, laufen! Und... Oh, oh! Oh, oh! Nein! Mein Team ist tot! Oh! Ich muss die alle austribbeln! Okay, okay, okay! Und... Ja! Ich bin so gut! Leute, Ronaldo hat mich einfach trainiert! Ich sag's euch! Oh, barbecue! Okay, okay, okay! Ich hab den Ball! Ich hab den Ball! Werde ich das Spiel jetzt gewinnen! Und... Oh! Ja! Oh, da ist der zweite Sieg! Also, Leute, jetzt mal ohne Witz! Brol, das macht echt Spaß! Aber Brol, das ist auch zu leicht für mich! Guck mal, wo sind meine Gegner? Außerdem, Leute, ich seh hier gerade, Man muss sich den Battle Pass kaufen! Und, Leute, ich will mir jetzt auf jeden Fall irgendwie neue Brawler holen! Aber angeblich gibt es ja hier keine Kisten mehr in Brawl Stars! Es gibt hier jetzt irgendwie noch diese Star Drops oder so! Und ich glaube, die bekommt man nur im Brawl Pass! Also, Leute, wie gesagt, ich hab keine Ahnung! Ihr müsst mir auf jeden Fall ein paar Tipps geben in den Kommentaren! Aber ich glaube, wir kaufen uns jetzt auf jeden Fall den Brawl Pass! Und da haben wir ihn auch schon zu! Okay, wie funktioniert das jetzt? Komme ich jetzt aus diesem Sternein Skin oder so? Ähm, tipp, tipp, tipp! Äh, was ist das hier? Oh, okay, wir öffnen mal! Und ich dachte, ich bekomme einen Skin, Mann! Äh, BBQ! Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Star Drop! Und wir bekommen... Äh, München! Und, hä? Dessi? Und Poco? Hä, was geht denn jetzt ab? Okay, naja, Leute, ich bin zwar ein bisschen verwirrt, aber wir öffnen! Und, hä, mütig? Wow, wer bist du? Daryl! Äh, keine Ahnung, Leute, ist Daryl jetzt gut oder schlecht? Ich hatte keine Ahnung, Mann! Naja, Leute, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Star Drop! Und... Äh, nur selten! Okay, so langsam verstehe ich das Prinzip! Und wir bekommen... Aber was bekommen wir jetzt, Leute? Moment mal, ich glaube, bevor ich diesen Star Drop aufmache, müsst ihr dem Video einen Daumen nach oben dalassen! Und, eh, Moment mal... Ich muss mich ganz kurz umziehen! Oh, okay! Mit dem blauen Lami-T-Shirt bekomme ich jetzt was Cooles! Let's go! Was episches! München? Dein Ernst? Ich will einen neuen, coolen Skin! Komm schon! München! Aber jetzt bekomme ich ein Skin! Oh, super selten! Und... Oh, komm schon! Bitte! Äh... Äh... Oh! Mann, ey, ich täcke hier ja gar nichts! Naja, Leute, das sind jetzt meine Brawler! Wir haben Nita, El Primo, Poco, Jessie und Daryl! Und naja, Daryl kenne ich doch überhaupt nicht! Also, Leute, wir wählen den einfach mal aus! Und schreiben mal in die Kommentare, ist Daryl jetzt gut oder nicht? Wir spielen jetzt auf jeden Fall Showdown Duo! Und ich hoffe mal, dass ich einen guten Mate bekomme! Okay, mit wem bin ich im Team? Ich bin mit... Äh... Shelly? Okay, Shelly! Komm, wir müssen jetzt gewinnen! Shelly! Wach auf, Mann! Hey, Leute, Shelly ist einfach auf K, Mann! Oh, da bist du ja, Shelly! Na ja, Leute, ich muss jetzt erstmal hier klarkommen, wie funktioniert Daryl! Also, der hat auf jeden Fall zwei Pistolen und irgendwie macht er Spaß, aber was macht seine Ulti? Das werden wir jetzt herausfinden! Komm her, Shelly! Oder Jessie! Oder Jackie! Oder wie du heisst! Keine Ahnung! So, wir sind auf jeden Fall tot! Oh, wer bist du denn jetzt? Oh, Leute, ich muss meinem Teammate helfen! Ja! Oha, warte mal, wir gewinnen! Shelly! Oh, das ist El Primo! Wow! Oh, da war El Primo! Haha! Wo ist der letzte Gegner? Da vorne ist er hier! Hey! Das war's mit dir! Wir haben die Runde gewonnen! Yippie! Ey, Leute, ich muss wirklich sagen, Daryl ist ja mal mega OP! Und wir haben eine Siegesserie und die müssen jetzt weiterführen! Wow, warte mal, was ist das denn jetzt hier? Gewinne jeden Tag Kämpfe, um Star-Drops zu halten? Okay, gib ihnen mehr Star-Drops! Ich brauch ein paar neue Brawler! Aber erstmal muss ich ein paar Brawler-Spieler fertig machen! Okay, diesmal sind wir wieder mit Shelly im Team? Okay, warte mal, der macht einen Daumen nach unten! Was soll das denn heißen? Oh, Leute, da sind Gegner! Da sind Gegner und die hole ich mir jetzt! Oder auch nicht, Ebu! Okay, die holen wir uns doch! Ja! Oh, oh! Nein, das war nicht so gut, oder? Ich weiß nicht! Keine Ahnung, was hier abgeht! Oh, wo ist mein Teammate? Oh, oh, oh! Ey, mein Teammate wird verprügelt! Nein, mein Teammate ist tot! Oh, was geht denn jetzt ab? Aber warte mal, meine Team-Kamera kommen ja gleich zurück! Yeah, ich muss einfach nur überleben! Oh, yeah! Es ist Finale, Shelly! Oh, warte mal, die haben 13 Energie! Wie sollen wir bitte gewinnen, Mann? Oh, nimm das, Brawler! Ich meinte, El Primo! Ja, wir haben ihn! Oha, hä? Ja! Warum macht ihr einen Daumen nach unten, Mann? Oh, da ist der letzte Überlebende! Komm her! Da bist du! Und, jawohl, den haben wir! Nur noch El Primo! Komm schon! Ah, ich bin Daryl! Und das war's mit dir! Ja! Und damit haben wir unsere Siegesserie fortgesetzt! Oh, warte mal, wir haben einen Star-Drop! Okay! Selten? Selten? Oh, komm schon, nur selten! Wahrscheinlich bekomme ich jetzt nur Münzen, oder? Und... Wow! Egal, Leute, ein fünftes Mal gewinnen wir jetzt hintereinander, okay? Und diesmal sind wir schon wieder mit Shelly! Naja, es klappt eigentlich ziemlich gut mit Shelly, also ich beschwere mich mal nicht! Ich muss sagen, Daryl macht wirklich sehr viel Spaß! Also, ich glaube, wir haben da einen guten Charakter bekommen! Ja! Oh, da ist Shelly! Die hole ich mir! Haha, Shelly, komm her! Buh, 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 buh! Und da warst du weg! Oh, warte mal, das ist mein Teammate! Und, hä? Wir haben schon gewonnen? Ey, Leute, die Runde ging einfach 10 Sekunden oder so! Yeah! Aber gewinnen wir auch ein sechstes Mal hintereinander? Ich glaube schon, denn wir sind schon wieder mit Shelly im Team! Und, oh mein Gott! Warte mal! Schaut mal den Namen an von Shelly! Die heißt einfach Cristiano Ronaldo 4! Ja! Ich bin mit Ronaldo im Team! Oh mein Gott, ich glaub's gar nicht! Haha, mit Ronaldo kann ich nur gewinnen! Los, Ronaldo, wir machen den Sui! Okay, auf wen gehen wir? Auf wen gehen wir? Oh, da geht ja mal richtig was ab! Da geh ich rein! Oh, hier gehören alle mehr! Ja! Oh, oh! Oh, wow! Wow! Was geht hier ab, Ronaldo? Wir nehmen ja mal alles auseinander! Ja! Oh, oh! Oh, jawohl! Perfekt! Finale! Ah, nimm das! Und das! Und das! Und das! Oh mein Gott! Ey, Leute, wie krass bin ich bitte? Bin ich krass? Schreibt es mal in die Kommentare! Oh, da ist auch der letzte Überlebende! Ha! Komm her, Shelly! Ich weiß, dass du da drin bist! Barbecue! Leute, die hole ich mir alleine! Komm her! Okay, 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 Leute! Wir chillen ganz kurz! Wir haben wieder volles Leben! Und jetzt gehen wir rein da, ja? Ich hab meine Ulti! Und es geht los! So, erstmal bist du weg! Und jetzt bist du dran! Komm schon! Ey, Shelly! Ronaldo! Willst du gar nichts machen? Die guckt einfach nur zu! Ey, okay! Gewonnen! Leute, wo sind meine Gegner? Jetzt mal im Ernst! Ey, Leute, ich kann einfach nicht mehr aufhören, Brawl Stars zu spielen! Und wir sind einfach nochmal mit Shelly im Team! Also, Leute, falls ihr mehr Brawl Stars Videos sehen wollt, abonniert den Kanal! Und jetzt gibt es Action! Ja, da, du bist tot! Jetzt bist du dran! Zack, zack, zack! Weg mit dir! Ey, Leute, diese Kombos, die ich verteile, die sind nicht mehr normal! Ich mach einfach Brawl Stars aus meinen Gegnern! Oh, da sind auch schon meine letzten Gegner! Hey, komm her! Shelly, das war's mit dir! Oh, da ist auch schon das Finale! Oh, oh! Oh, okay, den haben wir! Hä? Warte mal! Das war's jetzt! Haben die schon gewonnen? Wir haben schon gewonnen, Mann! Unsere Siegesserie ist einfach bei sieben, Leute! Aber schaffen wir es vielleicht, unsere Siegesserie auf 10 zu erhöhen? Und andere Frage, was ziehen wir jetzt aus dem Star-Drop? Wir bekommen kaum schon Wünschen! Aber egal, Leute! Es geht weiter mit unserer Siegesserie in Showdown! Und, Leute, wir sind schon wieder mit Shelly im Team! Was ist das heute? Okay, Leute, es geht hier wieder Action ab! Es geht richtig Action ab! So, du bist erst mal tot! Oh, was geht's hier ab, Mann? Und weg mit euch! Yeah! Okay, 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 ich muss ganz kurz Leben aufladen! Moment, Moment, Moment! Oh, mein Teammate, warte auf mich! Nein! Er ist gleich tot! Ich helfe dir! Hier bin ich! Ah! Barbecue-Attacke! Zack! Wer bist du denn jetzt? Anita, komm her! Barbecue! Und das war's schon? Leute, wir brauchen noch zwei Wins und dann haben wir 10 Mal hintereinander gewonnen! Oh, das ist die erste Runde, dass wir nicht mit Shelly zusammenspielen, sondern jetzt mit Nita! Okay, Nita, bitte enttäusch mich nicht! Oh, oh! Oh, oh! Hey, Primo! Oh, oh! Oh, mein Gott! Oh, hab ich ihn? Ja, ich hab ihn! Oh! Komm schon, hilf hier! Ja! Ja! Okay, 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 ich muss ganz kurz Leben aufladen! Oh, was geht denn da ab? Oh, nimm das! Okay, sehr gut! Oh, da sind die nächsten, da sind die nächsten Gegner! Loco-Poco! Nimm das! Oh, das ist wieder Zeit fürs Finale! Und die letzten Gegner befinden sich... Aha, irgendwo da hinten, okay! Na gut, dann wollen wir einfach mal da hinrollen! Eh, nimm das! So! Oh! Oh! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ah! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Oh! Oh, mein Teammate, der ist gut! Der ist gut! Und zusammen sind wir noch besser! Ah! Was mache ich hier? Okay, Leute, das ist ein spannenderes Finale, aber auch das hier wird kein Problem für uns sein! So, der ist weg! Zack! Und weg mit dir! Ja! Und damit sind wir auch schon bei unserem neunten Sieg! Und jetzt stellt sich die Frage, gewinnen wir das zehnte Mal hintereinander? Wir sind auf jeden Fall wieder mit Shelly in einem Team! Und es läuft auf jeden Fall sehr gut! Oh, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Mitte! In der Mitte ist immer am meisten los! So! Oh! Perfekt! Oh! Nein! Nein! Oh! Oh, das ist Finale! Finale! Ja! Entriebe, komm her! Ja! Und das ist unser Zehntar-Sieg! Und Leute, damit haben wir auch einen neuen Modus freigeschaltet, und zwar Juwelenjagd! Also spielen wir noch eine letzte Runde Juwelenjagd! Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie funktioniert das nochmal? Oh! Ich glaube, man muss doch irgendwie so zehn Juwelen einsammeln und dann so lange überleben wie möglich, oder? Oh! Okay, okay, okay! Der kommt her! So! Ich muss wirklich sagen, als Daryl bin ich ziemlich schlecht! Mein Spaß, Leute! Ich bin richtig gut als Daryl! So! El Primo hat fünf Juwelen, sehr gut! Nimmt er noch den sechsten? Okay, nee, ich! Oh! Was mache ich hier? Wow! So, perfekt! Komm schon! Okay, wir brauchen noch drei Juwelen! Oh! Nur noch zwei Juwelen! Nur noch ein Juwel! Oh! El Primo! Nein! Geh nicht zu weit rein! El Primo, chill! Oha! Nein! Der ist gestorben! Oh! Jetzt muss ich gerade... Oh! Ich muss alle Juwelen einsammeln! Und weg hier! Weg hier! Wow! Ich habe die zehn Juwelen! Und damit haben wir auch die erste Runde Juweliagd gewonnen! Yippie! Leute, was soll ich noch sagen? Wir öffnen einfach mal den letzten Star-Drop und wir bekommen... Blink, blink! Aber, Freunde, hat euch mein allererstes Brawl Stars-Video gefallen? Ja, dann schreibt das mal in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da! Und abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst! Wie gesagt, schreibt eure Tipps an mich in die Kommentare, damit ich auch zum Brawl Stars-Profi werde! Ich glaube, ich habe mich heute gar nicht so schlecht angestellt, oder? Wie auch immer, Leute, das war es auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video! Und jetzt könnt ihr auf jeden Fall links und rechts die letzten zwei Videos abchecken! Die sind auch super sui geworden! Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder! Checkt doch den ersten Link in der Videobeschreibung ab! Und tschaui! Bis zum nächsten Mal!